Ob Hagelschäden, eingedrückte Kotflügel oder ein anderer Schaden, bei Karosserie Ott in Regensdorf sind Sie am richtigen Ort. In der Spenglerei werden Nutzfahrzeuge und Personenwagen repariert und wieder in einen tadellosen Zustand gebracht. Damit Ihr Auto oder Transporter nicht nur tadellos funktioniert, sondern auch wieder wie neu aussieht, können Sie Ihr Fahrzeug bei Karosserie Kurt Ott auch gleich neu lackieren lassen. Karosserie Ott bietet, falls ein Transport notwendig ist, einen Abschleppdienst an. Sollten Sie während der Reparatur auf ein Auto nicht verzichten können, steht Ihnen ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017